Mit einer Größe von bis zu 35 cm sieht man ihn schon von weitem Kommen. Der Eichelheer ist mit seinem bunten Gefieder der farbenprächtigste in der Familie der Raben. Der Eichelheer ist rosa-braun gefärbt mit blau- und schwarz gebänderten Flügeldecken und einem gestreiften Oberkopf. Kehle, Steiß und Bürzel sind weiß. Der Schnabel ist kurz und dick und wird durch einen schwarzen Wangenstreifen verlängert. Der lange Schwanz ist ebenfalls schwarz und die Augen sind in einem hellen Blau. Ungefähr so groß wie ein Turmfalke können sie ausgewachsen werden. Auffallend tut der Eichelheer aber nicht nur durch seine Größe und sein buntes Federkleid, sondern auch durch seine kreischenden Rufe, die andere Waldbewohner schon in weiter Entfernung vor Feinden waren. Geschickt klettern sie im Geäst und verstecken dabei bis zu 5000 Eicheln im Jahr als Wintervorrat. Damit tragen sie erheblich zur Ausbreitung unserer Eichenwälder bei. Ein Eichelheer kann bis zu 10 Eicheln gleichzeitig im Kropf transportieren. Als Hauptnahrungsquellen dienen ihnen Eicheln, Buchäckern und andere Sämereien, Beeren, Obst und Nüsse. Sie nehmen aber auch tierische Nahrung in Form von Insekten, Raupen, Kleintieren und selten sogar Eiern und Jungvögeln zu sich. Sie sind aber nicht nur Selberräuber, sondern haben auch einige Feinde. Im Alter von einem Jahr ist die Verlustrate durch Angriffe von Greifvögeln und Eulen am größten. Zu den bedrohten Vogelarten gehören sie aber nicht.